herzlichen willkommen liebe menschen draußen zu einer neuen folge von ok cool trifft dem format hier bei ok cool in dem ich domstadt freier journalist jede woche am sonntag einen menschen aus der spiele und oder medienbranche zum gespräch zum plausch einlade und genau so war es auch diese woche wieder ich hatte zu gast die katrin radke katrin hat in der vergangenheit eine ganze menge an sachen gemacht zuletzt vor allem bei studio fitz bin ein entwicklerteam dass er hier jetzt schon ein sogar zweimal zu gast war bei ok cool in dem ok cool trifft format sie war programmieren mehrere jahre lang hat eigentlich bei allen großen spielen des studios mitgearbeitet in der world minute of islands say no more und hat jetzt tatsächlich am ersten juli diesen jahres also zum zeitpunkt der aufnahme noch relativ frisch verkündet dass sie dort gekündigt hat und jetzt sich aufmacht zu neuen ufern es sind tatsächlich einige verschiedene ufer von denen sie mir auch heute in dem gespräch erzählt eines davon ist ein neues eigenes kleines entwicklerstudio das sie mit zwei freundinnen gründen möchte und jetzt aktuell an einem prototyp sitzt das war super spannend ist aber auch sehr interessant mal mit ihr in ihre vergangenheit zu entfliehen und zu hören wo kommt sie denn eigentlich her klammer auf süddeutschland klammer zu aber wo genau und wo wie hat es sie in die spielebranche verschlagen auch noch als programmieren ich bin mir nicht sicher ob ich hier schon programmierer programmieren zu gast hatte und wenn dann ist es schon längere zeit auf jeden fall her also menschen die wirklich vor allem im code herumwühlen das war sehr spannend ich hatte viele fragen zu diesem job wie sie zum beispiel auch zu bug reports steht ob man das irgendwie persönlich nimmt die frage klang wie eine punchline aber das meinte ich im gespräch gar nicht so das hat sie zum glück auch nicht so verstanden aber war alles sehr interessant sie hat außerdem auch noch eine ehrenamtliche tätigkeit am start ready to code heißt die gerne mal auschecken da draußen da sprechen wir auch gegen ende des gesprächs noch mal ganz ausführlich drüber und ich würde sagen bevor wir uns zu lange jetzt hier bei der kleinen begrüßung aufhalten ich mache mal die bühne frei für noch mal mich und katrin radke viel spaß ich glaube eine sache muss ich vorher noch loswerden die fiel mir quasi auf den weg zur bühne noch ein bevor ich mich in meinen interview stuhl setzen konnte ich sollte vielleicht noch ein weiteres projekt von katrin verraten weil wir uns auf das auch einige male noch beziehen werden und zwar sie arbeitet auch mittlerweile seit ende letzten jahres also ende 2020 bei so many tabs mit einem format bei funk das sich dreht um ganz verschiedene themen rund um netzkultur tech kultur vom netflix algorithmus bis hin zu irgendwelchen themen rund um oh gott crypto also alles was sich im internet irgendwie abspielt dort gibt es immer sehr kompetente aufklärende videos weiterführende videos rund um diese themenkomplexe sie macht eine richtig tolle arbeit und über auch die sprechen wir bei unserem gespräch das ihr jetzt aber wirklich endlich hören könnt so ich bin raus ich bin weg wir hören uns jetzt gleich schon wieder wie ist das denn eigentlich gerade überhaupt bei dir also das ist ja jetzt mitten in der woche in der wir uns treffen und ich war tatsächlich überrascht ich hatte damit gerechnet dass du erst nach den normalen arbeitszeiten zeit hättest für mich ja das liegt daran dass ich nicht mehr normale arbeitszeiten habe ich habe vor zwei monaten gekündigt ich habe den tweet gesehen ich habe den tweet gesehen vom ersten julien da hast du gesagt so tschüss genau hallo neues abenteuer genau ja das war es dann ich habe genau fünf jahre da gearbeitet auf den tag genau jetzt geht's los jetzt geht was neues los krass krass wie ist es wie ist es aufgeregt das gefühl wie wie fühlst du dich ich fühle mich sehr gut muss ich ganz ehrlich sagen das hätte ich nicht so erwartet weil es jetzt halt auch was ganz neues ist und ungewohnt und und auch so ungewiss aber es ist irgendwie auch sehr befreiend jetzt einfach mal ja ich kann es halt machen was ich will worauf ich lust habe ich muss natürlich gucken dass ich damit dann irgendwie geld verdiene hoffentlich aber ja es fühlt sich sehr gut an hast du lange mit dieser entscheidung herum überlegt oder war das war das so eine irgendwann so eine impuls entscheidung du was auf und sagst so jetzt wage ich mich quasi in die selbstständigkeit also der gedanke der ist schon ganz ganz lange so bei mir im kopf der ist jetzt nicht neu so auf jeden fall aber der war nie so richtig präsent oder nie so richtig im vordergrund so dass ich gesagt habe ich muss jetzt irgendwie da aktiv daran arbeiten dass ich mich dann selbstständig mache sondern das war so ich mache das irgendwann und jetzt war es so dass im mai bei studio fitz bin so einige leute gekündigt wurden die für mich auch sehr wichtig waren und das hat eben dazu geführt dass halt zu diesem zeitpunkt halt auch leute frei in anführungsstrichen waren gute leute die mit denen ich jetzt mich zusammengetan habe und ich gedacht habe okay jetzt oder nie so und das war dann so der stups wo den ich so gebraucht habe der letzte arschtritt der wenn er gesagt okay jetzt mach das halt mal du willst schon so lange machen jetzt ist dann der zeitpunkt was hatte ich denn so die ganze zeit gereizt an dieser an dieser selbstständigkeit also es gibt ich kann mir viele gründe vorstellen ich bin ja selber auch selbstständig was waren denn so deine gründe dass du gesagt hast so das willst du mal ausprobieren wenigstens ja also da gibt es auf jeden fall mehrere gründe die mich da so hingebracht haben einer ist auf jeden fall dass ich gerne einfach meine eigenen projekte meine eigenen spiele machen will ich habe einfach lust da mich selber auszuprobieren und tatsächlich in der richtung zu gehen wo ich denke dass das sind spiele die ich auch spielen möchte also nicht dass ich die spiele die ich bisher gemacht habe nicht spielen möchte aber es gibt noch so noch so ein paar genres die ich mal noch gerne so ein bisschen genauer mir angucken würde und spiele in die richtung machen will und dann auch einfach ich mache jetzt ja seit ende letzten jahres youtube und das war immer so ein bisschen so ein struggle das zusammenzukriegen weil ich dann immer irgendwie nach berlin gefahren bin zum drehen und dann muss ich urlaub nehmen und dann war das manchmal schwierig weil dann sind da meetings oder irgendwelche sachen müssen fertig werden und dann hängen da halt immer noch sehr viele leute dran und das hat war für mich einfach jetzt die letzten monate irgendwie so viel stress und ja immer so was was im hinterkopf mit geschwungen hat dass ich irgendwie das unter einen hut kriegen muss dass ich das gerade ganz gut anfühlt dass ich jetzt nicht da noch so viele leute hinten dran habe von denen ich irgendwie abhängig bin ja dass einfach viel weniger leute sind und ich jetzt viel mehr freiheiten habe das mir so einzuplanen zeitlich auch einzuplanen wie ich das brauche damit ich das alles zeitlich oder einen hut kriegen kann hast du jemals überlegt nach berlin zu ziehen weil studio fitz bin hat ja hier auch eine außenstelle in berlin wäre also es wäre eine idee gewesen oder ja es wäre eine idee gewesen nee aber nee tatsächlich nicht irgendwas ich kann das auch gar nicht so richtig benennen aber irgendwas sträubt sich ganz ganz dolle in mir nach berlin zu ziehen oh wirklich das ist ja spannend das ist ja spannend ja nee irgendwie ist mir das gar nicht sympathisch ich weiß dass ganz viele leute völlig auf berlin abfahren und sagen ich will unbedingt nach berlin aber irgendwie nee bei mir ist das irgendwie nicht so von wo aus sprichst du gerade zu mir ich glaube also ich ich habe eine vermutung ich glaube oh gott ich habe zwei vermutungen entweder wenn ich mir so eine biografie gerade durchschaue die ich mir aufgeschrieben habe entweder ludwigsburg oder stuttgart ja ich wurde in stuttgart ah guck mal da krass stuttgart ich habe stuttgart also ich komme ja eigentlich auch aus süddeutschland und ich habe stuttgart in in absolut gar keiner guten erinnerung aber das ist auch unfair weil ich war da auch nur kurz aber ich war dort mal ich weiß auch gar nicht mehr warum aber schon sehr lange her und da habe ich mich erinnere ich mich vor allem an an eine szene das ist meine einzige richtige erinnerung an stuttgart eine szene da habe ich mir da war ich teenager am nachmittag einen einen döner glaube ich gekauft und bin mit dem döner über eine straße gelaufen und da war auch so eine betonbrücke irgendwo da direkt neben dran keine ahnung und da rief jemand mir im vorbeifahren aus dem auto zu dass ich nicht auf der an der straße einen döner essen soll und das ist ja ja und das ist also selbstverständlich nicht repräsentativ für stuttgart aber das verbinde ich so mit dieser stadt und ich glaube das war spätestens der moment wo ich gesagt habe so bin raus hier das ist vielleicht wirklich nicht so mein ding hier aber du bist angetan du hängst da richtig fest ja tatsächlich muss ich sagen das hätte ich auch nicht gedacht ich komme ja auch nicht von hier ich komme aus niedersachsen und bin zum studieren hier runter gezogen und habe während meines studiums die ganze zeit gedacht oh gott wenn ich fertig bin mit dem studium dann muss ich hier sofort weg dann muss ich irgendwo anders hin ziehen aber dann war ich fertig und dann hatte ich hier meinen freund und großen freundeskreis auch und und mein job und so und dann war es so ja okay dann bleibe ich jetzt halt mal noch eine weile vielleicht noch ein halbes jahr oder ein jahr und dann gucke ich mal ja und irgendwie jetzt bin ich immer noch hier und ich bin mittlerweile ein bisschen rausgezogen als ich wohne jetzt in untertürkheim also im vorort oder es gehört zu stuttgart aber es ist nicht mehr so in der stadt und hier sind halt weinberge und felder und das ist einfach total schön so jetzt plötzlich ja du magst diese landschaft ne diese niedersachsen wahrscheinlich weniger gibt so wie ich mich da jetzt auskenne dieses bergige und und diese diese süddeutsche weiß ich nicht bergidyll irgendwie ist es das weiß ich gar nicht ob es das also ich glaube ich mag bin allgemein einfach ein großer fan von natur berge ist jetzt nicht ich sage ich muss jetzt unbedingt in die berge also ich liebe auch das meer bin ultra gern einfach auch an der nordsee weil ich es da total schön finde ich glaube bei mir ist es einfach natur und grün mehr als als berge von von wo in niedersachsen kommst du denn genau ähm quasi direkt von der holländischen grenze ach ich habe sie gerade mal ich habe hier gerade mal ein niedersachsen karte vom öfter muss es ja nicht ganz genau sagen aber so ganz grob irgendwie so das nächst größere oder so irgendwas was man kennt in der nähe ist halt gar nichts groß ist es ist es der der kleine bobble ganz links unten da ist noch so ein so ein bobble der so in die niederlande rein ah wow also ich sehe hier zum beispiel vor mir äh oh gott emlichheim sehe ich ölzen sehe ich äh ist bin ich in der richtigen ecke genau da das ist ja krass also da habe ich ja gar keine ahnung wie es da aussieht wie ist es denn da so äh also wann bist du da häufiger kannst du dich noch erinnern ich weiß es nicht ne ich bin da echt nicht oft also meine familie wohnt da jetzt auch nicht mehr die sind da weggezogen ähm deshalb ist da echt bin ich echt nicht mehr viel da ähm und ansonsten ja da ist auch viel landschaft ne da ist keine große stadt da ist nix da sind kühe und wälder und that's it spannend ich wollte hier gerade mal mein google äh maps männchen reinsetzen und nirgendwo sind straßen abgefahren ich kann nichts dort angucken krass also es muss wirklich ganz schön gemütlich da sein sage ich mal ja krass und dann ist stuttgart ja tatsächlich also bist du dann von dort direkt nach stuttgart war das dann die nächste station oder gab es noch städte dazwischen ne ich bin dann direkt nach stuttgart ich habe hier an der hdm studiert ja und bin dazu dann ähm hergezogen beziehungsweise zum studieren ähm da habe ich tatsächlich in ludwigsburg gewohnt als ich ähm studiert habe warum ausgerechnet obwohl ich muss vorher fragen hdm hochschule der medien genau genau ähm warum ausgerechnet dort ist das dort wo du studiert hast das was du studiert hast hattest da einen super guten ruf oder war das wirklich dieser wunsch weg aus der heimann also ich wollte auf jeden fall weg ich habe mich auch nur für studiengänge beworben die ähm möglichst weit weg waren also ich habe mich dann äh irgendwie in berlin beworben auch damals fand ich berlin auch nicht so schlimm da wollte ich da noch hin ähm genau und in stuttgart in köln habe ich mich beworben aber ähm ja letztendlich ähm war das damals so also ich hatte mich tatsächlich für design studiengänge eigentlich beworben also ich wollte eigentlich sowas richtung kommunikationsdesign studieren ähm das was ich studiert habe hier das heißt mobile medien das ist nicht direkt design sondern es ist ein bisschen so eine mischung aus informatik und design ähm ich wurde auch an anderen hochschulen genommen aber letztendlich der ausschlaggebende faktor war tatsächlich dass ähm mein freund zu der zeit ähm also mein ex-freund jetzt mein freund zu der zeit ähm an der filmakademie angefangen hat ähm und wir uns halt zusammen was gesucht haben und deswegen ist für mich dann die ecke hier geworden ist und das war dann halt das was ich in stuttgart mir ausgesucht hatte ähm und ich bin tatsächlich einfach ultra froh dass es das geworden ist weil die hochschule total gut für mich war also für mich persönlich war es einfach genau das richtige weil sonst hätte ich halt tatsächlich habe ich design gemacht und gar nicht gemerkt dass programmieren ja eigentlich das mache ich ja jetzt das ist was eigentlich ähm ja meine leidenschaft so ist mich so ein bisschen reingestolpert äh und habe das da dann erst so entdeckt und in dem Studiengang gab es halt viel was man sich auswählen konnte auch diese ganze games geschichte hatte ich vorher nicht auf dem schirm so da gab es dann halt einfach wahlfächer ähm Richtung games die ich dann belegt hatte weil ich gedacht habe okay videospiele spielen kann ich das gucke ich mir mal an ähm und dann irgendwie immer mehr so in diese richtung gestolpert mehr oder weniger bin mit welcher ich weiß jetzt nicht in welcher vision mit welchem ziel bist du denn ursprünglich ins studium reingegangen war es wirklich also primär okay das bietet sich irgendwie an dorthin zu ziehen oder gab es auch verbunden mit diesem fach schon weiß ich nicht also zum ersten semester quasi schon diesen ganz großen wunsch den ja manche studierende haben wenn sie an die uni gehen gab es da irgendwie was also ich kann mich nicht erinnern dass ich jetzt gesagt hätte so ich muss jetzt dann später diesen job haben oder so sondern das war tatsächlich eher so okay ich will irgendwas machen mit dieses ich will irgendwas designen später mal das war was ich wusste so ganz schön wagen irgendwas design irgendwie ja 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 krass ja und dann bist du auf die auf die spiele auf die möglichkeit gekommen dass du auch irgendwas mit spiele machen könntest während des studiums ja genau tatsächlich erst dadurch dass es halt einfach dieses wahlangebot gab also ich wusste auch davor gar nicht dass man videospiele entwickeln kann in deutschland also ich hatte das gefühl das macht man in den usa so das machen leute hier nicht ich wusste nicht dass es videospiele firmen gibt in deutschland ja krass ja krass also das natürlich das ist ein eindruck der natürlich ein bisschen weg ist von der realität krass da muss ich ja für dich eine welt geöffnet haben also das gemerkt das kann sich daran noch erinnern wie du das also wie war das denn wie entdeckt man sowas denn wie findet man das denn heraus also das war glaube ich echt so nach und nach einfach auch dadurch dass ich dann was darüber gelernt habe wir hatten ja auch dann theorie vorlesungen zu diesem thema und dann gab es auch ein praxissemester wo man dann halt irgendein praktikum machen musste und ich gedacht habe okay dann gucke ich mal ob es irgendwas mit videospielen gibt und dann auch schon professoren mich teilweise auch darauf hingewiesen haben so hey guck mal guck dir doch mal diese stelle an ähm und ich dann ja einfach mal so ein bisschen rumgeguckt habe und gemerkt habe okay das ist doch gar nicht so wenig es gibt doch schon so einige spielestudios hier in deutschland ähm und jetzt auch im im bereich lubriksburg stuttgart ähm dadurch dass hier die filmakademie auch ist und hier viel gegründet wurde dann zu der zeit ähm kam das dann dass ich gemerkt habe ach krass gibt schon so eine handvoll wo bist du dann gelandet als du das praktikum gemacht hast ich habe mein praktikum tatsächlich auch schon bei studio fit spin gemacht ach das ist ja weißt du noch warum du dich für die entschieden hast also ich habe mir diese diese zweite stelle die erste stelle je nachdem in mega geil und habe gedacht krass wie krass wäre das wenn ich jetzt rausfinden könnte wie das gemacht wurde so das war da voll so ein großes ich dachte boah wie cool wäre das ähm und dann war es auch so dass ich ähm ein paar leute damals bei einer veranstaltung getroffen habe von der filmakademie ähm die ehrliche wurst hieß das und ähm das war so eine grillveranstaltung wie hieß das wie was wie wie hieß das die ehrliche wurst das war was ist das also ist das der veranstaltungsname oder was ja sehr schön ja genau also einfach eine grillveranstaltung ähm die dort die dort stattgefunden hat und dann gibt es da so ein bisschen bier und würstchen und so ähm und das waren einfach nette leute und ich dachte ja mit denen macht es bestimmt spaß zu arbeiten und so war es dann auch krass dürftest du direkt äh als du wie lange hast du da praktikum gemacht das war ein semester also ein halbes jahr ungefähr durfst du da direkt richtig schon hand anlegen oder wie wie wurdest du da an die arbeiten herangeführt darfst du davon irgendwie was noch erzählen weil das würde mich ja schon sehr interessieren weil ich habe selber nie also also warum auch irgendwie dort in dem bereich ein praktikum gemacht und kann mir alle möglichen starts vorstellen wie sowas aussehen kann ja ich durfte ganz viel da machen äh ich muss jetzt selber noch mal kurz überlegen wie das so war das schon so lange her ist ähm aber welches Jahr sind wir da gerade das war ach 2014 ja ja muss das so ungefähr gewesen sein ja ähm das war damals war Studio Fitzmann ja auch noch viel kleiner also das waren irgendwie so fünfeinhalb Leute vielleicht und äh saßen wir in einem kleinen schäbigen Büro und ähm ja ich durfte echt direkt ganz viel machen und ich fand das damals auch ultra cool ich meine ich hatte natürlich echt gar keine Ahnung ähm ne ich habe ja auch gerade schon gesagt ich bin da so reingestolpert ich hatte quasi auch null Programmiererfahrung so richtig ähm bin auch sehr froh dass man mir das einfach so zugetraut hat weil es hätte auch wenn man sich das jetzt mal so von außen betrachtet auch durchaus schief gehen können einfach irgendjemanden von dem man gar nicht weiß ob der oder diejenige da was drauf hat da so drauf zu schmeißen aber für mich war das super ähm und ich habe damals ähm eine App gemacht die hieß Opera Maker oh das war eine Kinder-App ähm wo Kinder dann so kleine Figürchen rumschieben und auch so Fotos von ihren Gesichtern machen konnten und denen so ähm auch Gegenstände in die Hand geben konnten und man dann lernen konnte wie so eine Oper aufgebaut ist und man konnte dann auch die Oper selber einsehen das war eigentlich echt sehr süß genau in Flash war es damals krass ja über Flash habe ich letztens sehr viel gehört ich habe mich auch mit Marius hier unterhalten äh Marius Winter der ja auch bei Studio Fitzpin lange war hat ja auch viel von Flash erzählt auch das ist für mich eine Wunderkiste auf die ich von außen drauf gucke äh vielleicht mal für Kontextprogrammiererfahrung habe ich quasi gar keine ich habe mal versucht so eine Art na wie heißt das denn oh Gott da fängt es ja schon an äh dieses Spiel bei dem man in einem geschlossenen Raum einen Ball nach oben schlägt und dann muss der gegen Gegenstände knallen und löst dann die Gegenstände auf und fällt dann wieder nach unten dann muss man den wieder zurückschlagen mit so einer mit so einer Plattform ich glaube das ist gerade die umständlichste Art irgendeinen Spieleklassiker zu beschreiben aber weißt du was ich meine gibt es auch tausend Handyspiele davon ja heißt das Blockbreaker oder Brickbreaker oder so ähnlich irgendwie sowas genau irgendwie sowas genau richtig das habe ich mal versucht nachzubauen und das war zum einen total cool zu merken ich gebe hier komische abstrakte Dinge in dieses Programm ein und dann am Ende kommt da was Grafisches raus aber also sonst bin ich da gucke ich da drauf völlig ahnungslos aber neugierig ähm ich ich kann dir dazu gar nicht mehr so viel sagen ehrlich gesagt weil das war auch die einzige der einzige Kontakt den ich mit Flash hatte und jetzt gibt es Flash ja eh nicht mehr ähm also man kann damit ja auch konnte konnte damit ja auch Animationen und all so ein Kram machen ähm aber ja tatsächlich war das für mich einfach ähm ja ein Programmierwerkzeug ja krass aber sag mal warum eigentlich keine Selbstzweifel an diesem Punkt das ist doch wirklich krass du hast ja gerade schon eben selber gesagt du so ein in so ein richtiges äh Spieleteam kommst du rein machst ein Praktikum äh in einer Welt die sich dir jetzt ganz neu erstmal offenbart hat also ich ich wüsste nicht ob ich an deiner Stelle mir zugetraut hätte zu sagen okay komm äh ich mach das jetzt einfach mal bist du einfach als Mensch so oder warst du da irgendwie völlig von Adrenalin besessen oder oder was war da was war da los weiß ich auch nicht also ich hab mir also ich hab mir auf jeden Fall nicht ähm so richtig viel zugetraut ich wusste auch gar nicht so richtig als ich mich für das Praktikum beworben hab hab ich mich auch gar nicht ähm nur für Programmierung beworben sondern ich hab gesagt ich kann Game Design irgendwie und ich kann so ein bisschen programmieren also ich hab jetzt nicht hingekommen und gesagt ich kann ja super programmieren und kann das alles machen ähm sondern ich bin so hingekommen und hab gesagt ja ich weiß noch nicht so genau ich hab auch noch nicht so viel Erfahrung bitte bringt mir irgendwas bei äh und hatte dann das Glück dass ich trotzdem genommen wurde obwohl ich ja auch ne also wirklich nicht viel wusste ähm aber irgendwie glaube ich dass auch so dieses dass man mir das zugetraut hat und einfach gesagt hat hier mach das mal und wenn du Fragen hast frag und das auch so eine Arbeitsumgebung war in der jetzt nicht ich Angst haben musste ne irgendwas nicht zu wissen sondern ich wusste ich kann jederzeit wenn ich irgendwas nicht weiß dann frage ich halt und ich glaube das hat einfach dazu geführt dass ich dann dann als ich dann da war und dann angefangen hatte nicht mehr so viel Angst hatte ja das hat bei mir ganz viel mit mir ganz viel gemacht einfach zu wissen okay das ist hier safe und niemand ist böse wenn ich das nicht hinkriege ja war es für dich denn völlig klar nach dem Praktikum zu sagen okay hier möchte ich dann auch wirklich so richtig arbeiten arbeiten oder gab es noch andere Dinge die dich vielleicht auch gereizt hätten nach dem Studium also ich wusste auf jeden Fall nach dem Praktikum dass ich Spiele programmieren möchte ja so da das hat insofern dann geholfen Selbstzweifel auszumerzen dass ich dann wusste okay programmieren da bin ich jetzt gut genug so in Anführungsstrichen da hatte ich dann nicht mehr so die Angst dass ich das einfach nicht machen kann das heißt da wusste ich dann okay das ist jetzt das worauf ich mich auch spezialisieren würde ich habe dann im Studium auch ganz viele Projekte in die Richtung gemacht und mich da weitergebildet und es war schon so dass ich dann gedacht ach es wäre cool nach dem Studium wieder bei FITS bin anzufangen aber ehrlich gesagt habe ich mir da während des Studiums auch nicht so wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht was ich dann da später mache ich dachte aber ich mache jetzt mal fertig und dann werde ich schon irgendwas finden und ich habe dann während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe einen Anruf bekommen von Tobi von FITS bin der gesagt hat hallo unser Programmierer geht fang bitte wieder an und das hat halt zeitlich so perfekt gepasst dass ich dann während der Bachelorarbeit wieder anfangen konnte und dann da geblieben bin ja krass kannst du mir mal erklären was ist denn die große Faszination als Programmiererin an Spielen zu arbeiten weil wenn nicht ich habe hier schon gesprochen mit Artists wo mir das sofort sich erschließt warum man super gerne an Spielen arbeitet diese eigene also Kunst im wörtlichsten Sinne in dieses Spiel mit einfließen zu lassen ich habe auch schon mit Autorinnen und Autoren gesprochen auch da als jemand der selber viel schreibt ist mir sofort klar was daran so faszinierend ist aber zum Programmieren habe ich selber überhaupt keinen Zugang ich habe ja eben gesagt ich bin hier völlig wie das Holz vom Brett keine Ahnung wie man das nennt aber da gucke ich völlig unwissend drauf deswegen was ist es denn was dich an dieser ganz besonderen Aufgabe so reizt und dir so Spaß macht ja also ich glaube ganz viele haben so den Eindruck Programmieren ist langweilig in dem Sinne dass man denkt das ist jetzt nicht kreativ oder ich habe da keinen Einfluss auf das Spiel aber tatsächlich ist für mich der Eindruck dadurch dass ich ja jetzt auch in dem Indie Game Studio gearbeitet habe ich habe ganz ganz viel Einfluss auf das Spiel dadurch dass ich es programmiere weil ich erwecke das zum Leben weil wenn ne man kann eine schöne Animation machen aber die ist nicht interaktiv solange ich der Animation nicht gesagt habe wenn ich auf diesen Button drücke dann spring und ich habe so das Gefühl okay jemand hat sich was ausgedacht es gibt so ein Konzept und dann komme ich und mache Magie und dann ist das Konzept echt so dann ist aus dem was in jemandem das Kopf war ist was geworden was man anderen Leuten zeigen kann wo andere Leute dann Spaß dran haben das zu spielen und irgendwie ist das für mich ein Gefühl das ist sehr rewarding ich kann das glaube ich also auf die Art sehr gut nachvollziehen ich muss auch dran denken an die Indie Sträuche die auf Twitch immer mal wieder teile ihre Entwicklungsarbeit Livestream also ich weiß nicht ob du die kennst das ist so also könnte man eigentlich sagen so ein Indie Entwickler Kollektiv da ist unter anderem auch der Markus Bäumer dabei der hier auch schon mal zu Gast war huch war das bei dir stehst du in der Garage gerade ne das war auf der Straße und die Livestream auch viel von ihrer Programmierarbeit und da finde ich das ist super wertvoll wenn man da auch mal genau hinzugucken kann und das sieht was du gerade beschrieben hast die erwecken halt dort dieses Spiel zum Leben an dem sie da gerade arbeiten und das ist auf eine Art wirklich sehr faszinierend ja voll und das hat auch es hat so total viele Aspekte also man man macht nie zwei Tage lang das gleiche also okay manchmal machen zwei Tage lang das gleiche aber man macht nie lange Zeit am Stück das gleiche weil es halt immer wieder neue Sachen sind neue Mechaniken die man implementieren muss oder so und es ist immer es hat so dieses man muss natürlich analytisch denken und logisch denken und das irgendwie kombinieren aber genau wie ich schon gesagt habe es ist auch kreativ manchmal ist man auch wirklich einfach so wie eine Detektivin und sucht Fehler so vor allen Dingen wenn es dann gegen Ende des Spiels geht und dann hat man eine lange Liste an Fehlern die in dem Spiel noch sind und man weiß nicht so richtig ja warum sind die da und manchmal weiß man warum sie da sind aber man weiß nicht wie man sie beheben kann und dann sucht man so nach und nach nach Hinweisen woher das kommt und was man vielleicht machen kann und probiert Sachen aus man braucht ja auf jeden Fall schon so ein bisschen Geduld aber am Ende wenn man es dann geschafft hat dann ist halt einfach so dieses Gefühl von ja mega geil jetzt habe ich da ewig dran gesessen und jetzt klappt es ach schön ich habe eben für ein kleines Projekt jetzt zuletzt viel gearbeitet mit Inkwriter und dieser Ink Engine da die man benutzt für also das kennst du ja bestimmt dieses für Narrative Games dieses eigentlich relativ einfache es ist ja schon eine Art von Programmiersprache und da ist genau das was du gerade beschrieben hast auch der wird dann immer so schön angezeigt wenn man irgendwelche Zeichen falsch gesetzt hat also wenn man eine Not nicht aufgelöst hat oder wenn man eine Klammer falsch gesetzt hat dann kommen da immer so kleine Fehlerwarnungen und dann muss man das selber finden und lösen das ist so ein bisschen wie Kreuzworträtsel auf so eine komische Art ja das ist tatsächlich sehr befriedigend ja krass und welches war denn dann das erste Spiel an dem du so richtig damit gearbeitet hast als du bei Studio Fitspin angefangen hast als Programmiererin als ich dann fest angefangen habe da haben wir gerade die Innerworld 1 geportet von Flash auf Unity um es für die Konsolen noch rauszubringen das war das erste was ich gemacht habe dort und dann das erste Spiel an dem ich tatsächlich mitgearbeitet habe von Anfang an das war dann die Fortsetzung die Innerworld der letzte Windmönch ja liegt es in deinen Fähigkeiten mal zu erklären Menschen die sich darunter nicht viel vorstellen können wie man eigentlich sowas portiert also wie funktioniert das du hast links das riesengroße Datensalat weiß ich nicht Programmiercode Gewühle von der alten Version oder der einen Version und musst das irgendwie auf eine neue Plattform kriegen wie macht man sowas also in dem Fall ist es so der ja man musste tatsächlich schon sehr viel ändern aber viel davon konnte man auch wiederverwenden also der Code in Flash das ist ActionScript gewesen und das im Vergleich zu C Sharp also die Programmiersprache von Unity die sind sich von der Struktur her schon sehr ähnlich das heißt wir konnten viel von dem Code nehmen und dann muss man halt so Kleinigkeiten ändern und Sachen hin und her schieben aber so von der Logik und von dem wie das funktioniert konnten wir dann sehr viel übernehmen das war der eine Teil der Arbeit und dann war das natürlich noch so in Unity hat man so ein Editor-Fenster wo man selber auch die Grafiken reinschieben kann und die halt tatsächlich mit der Maus genau da hinschieben kann wo man sie braucht also tatsächlich das Level bauen und man sieht es direkt vor sich in Flash ist es nicht so gewesen da hatte man tatsächlich einfach nur man sagt okay ich hab jetzt hier diese 15 Bilder aus denen diese Szene besteht und für jedes tippe ich in den Code ein an welcher Stelle sich dieses Bild befinden muss das heißt da muss man dann erstmal auch alle Bilder wieder ja an die richtige Stelle befördern super spannend aber klingt auch sehr anstrengend oder man muss sich da sehr konzentrieren ja klar es gab dann natürlich auch super viele Fehler dann fällt später auf so ey was macht denn diese Grafik hier an dieser Stelle das ist ganz falsch ist man eigentlich wenn man wenn man Programmierenden dann ist hat man dann auch diesen Effekt dass man wenn man Spiele spielt privat dass man da auf Dinge plötzlich anders achtet das stelle ich mir nämlich sehr spannend vor weil die Arbeit die du ja machst ist gewissermaßen ja hinter den Kulissen du machst was und dann passiert vorne quasi was Neues was man dann wirklich erst sehen kann ist es trotzdem aber so dass du Spiele spielst und dir da weiß ich nicht irgendwie was jetzt anders anguckst jetzt wo du in dieser Branche so richtig drin bist ja voll also es kommt auch das Spiel drauf an wenn ich so richtig gecatcht bin dann mache ich das nicht so dolle aber bei so Spielen wo ich irgendwie zwischendrin nochmal Zeit habe mir Gedanken drüber zu machen passiert das ganz dolle ich habe zum Beispiel letztens mit meinem Freund Plague Tale gespielt mein Freund ist auch Programmierer und ich habe dann danach auch noch mit einem Freund gesprochen der mir dann erzählt hat ah diese Ratten das ist so gruselig wie die dann kommen und ich hatte diesen Eindruck gar nicht weil als diese Ratten das erste Mal kommen also in dem Spiel ist es so man läuft halt in eine dunkle Ecke und dann kommen halt keine Ahnung 20.000 Ratten auf dich zu und springen so und du musst dann Licht haben damit die dich nicht fressen und wir sind halt in diese Szene gekommen und waren beide so wow das sind ja krass viele wie funktioniert das performance technisch und standen halt erst mal zehn Minuten da und haben zusammen analysiert wie das funktioniert und was 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 wohl gemacht wurde damit das funktioniert und es war halt dann null gruselig danach aber wie also wie kann man sich das dann erklären wenn man da von vorne drauf guckt also wie wie sieht dann so ein Gedankengang aus wenn man sich diese jetzt in dem Fall 20.000 Ratten anschaut man guckt halt einfach aus seiner eigenen Erfahrung wie würde ich es machen wenn jemand sagen würde da müssen jetzt 20.000 Ratten springen wie würde ich das dann machen dann würde ich mir wahrscheinlich überlegen okay Ratten die weiter im Hintergrund sind die müssen nicht so detailliert aussehen die haben vielleicht ein Model das viel weniger Polygone hat oder die Texturen sind nicht so hoch aufgelöst und vielleicht brauchen die auch nicht so müssen die nicht sich so intelligent bewegen und irgendwie auf irgendwas reagieren die Ratten im Vordergrund müssen natürlich auch auf das Licht dann reagieren und so und dann guckt man ob man dafür auch Hinweise finden kann einfach dann schauen okay ich sehe jetzt schon bei denen im Hintergrund die Ratten sind tatsächlich auch nicht so hoch aufgelöst wird dann also so eine also wenn ich da so zuhöre dann denke ich mir okay das ist super spannend auch so eine Art wieder so eine so eine so eine so eine herumnachdenkerarbeit fast wieder so eine Detektivarbeit wie gehe ich am besten mit diesen technischen Ressourcen in dem Fall um die ich habe ich kann mir aber auch vorstellen mit fortschreitender technischer Entwicklung dass diese Fragen irgendwann egal sind weil man dann auf auf Systemen operiert die einfach so leistungsfähig sind dass man das gar nicht mehr berücksichtigen muss ist da geht dann nicht drohenderweise irgendwann in der Zukunft ein super spannender Aspekt der Arbeit verloren ich glaube der geht nicht verloren weil wir haben uns einfach in der Vergangenheit dann andere Gedanken über andere Sachen gemacht also wahrscheinlich hätte man einfach vor fünf Jahren gesagt 20.000 Ratten no way geht nicht so und ich denke in der Zukunft wird man sich dann sicherlich im Game Design Department neue Sachen ausdenken die technisch herausfordernder sind und ich glaube da gibt es nach oben kein Ende also auch wenn man sich jetzt so anguckt was jetzt so in der Darstellung von in so ganz realistischer Darstellung was da so heutzutage geht ich glaube da sind wir noch lange lange nicht am Ende gibt es ein Spiel was du weiß ich nicht was du so im Kopf hast wo du sagst okay das ist gerade der Maßstab in genau also im Hinblick auf genau die Sachen mit denen du dich auch beruflich auseinandersetzt wie genau meinst du es also die Arbeit als Programmiererin die stellt ja an dich besondere Herausforderungen und du musst wie du eben ja gerade auch beschrieben hast manche Dinge besonders gut im Blick haben wie man zum Beispiel so eine Performance schafft und so gibt es da ein Spiel an das du denkst wo du sagst okay da haben die Programmierer einfach so gute Arbeit geleistet das ist quasi Vorzeigeprimus gerade ne das kann ich ganz schwer sagen ich glaube also ganz viel passiert ja auch im AAA Bereich dass man sagt so okay das ist jetzt hier irgendwie der Maßstab an dem sich alle messen müssen aber da bewege ich mich ja gar nicht also als Indie-Entwicklerin sind das ja Sphären von denen bin ich so weit entfernt dass ich mir darüber gar keine Gedanken mache ja schwer zu sagen ja aber würde ich das mal reizen dorthin zu wechseln in diese AAA-Branche wo neue Regeln gilt man auf neuen Systemen arbeitet ne gar nicht gar nicht ne ich weiß nicht ob sich das in der Zukunft nochmal ändert aber bis jetzt habe ich immer gedacht so ne ich habe echt gar keine Lust auf so viele Leute jetzt gerade ne gucke ich auch drauf dass wir in den nächsten Monaten eben zu dritt sein werden und das macht mich sehr froh weil ich denke da sind kurze Wege da haben alle irgendwie einen großen Einfluss darauf auch wie das Spiel wird und wenn man eben bei so einem AAA-Game oder also ich weiß es ja nicht ich habe ja noch nie im AAA-Bereich gearbeitet aber ich stelle mir das so vor dass man dann eben als einzelne Person nicht so einen riesengroßen Einfluss darauf hat wie das Spiel wird wenn man jetzt nicht vielleicht gerade Game Director oder so ist deshalb reizt mich persönlich das jetzt gerade nicht vielleicht in der Zukunft wenn ich irgendwann so erfahren bin dass ich denke es ist mir jetzt alles zu langweilig hier dann vielleicht aber ja damit sind wir auch schon wieder in der Gegenwart weil das ist nämlich jetzt super spannend du hast nämlich ja schon ganz zu Beginn unseres Gesprächs angedeutet dass du dich jetzt mehr auf Spieleentwicklung auch deine eigenen Ideen konzentrierst was genau macht ihr da dann eigentlich zu dritt ich weiß nämlich davon gar nichts ich weiß auch nicht ob man davon schon irgendwas erfahren kann was genau passiert denn in dieser Hinsicht da bei dir in der Zukunft was plant ihr denn da also wir sind auf jeden Fall noch ganz ganz dolle in der Planung deshalb kann ich dir nicht so viel sagen und zwar nicht weil ich dir nicht mehr sagen will sondern weil ich einfach selber noch nicht weiß ich würde wahnsinnig gern viel mehr erzählen aber es ist gerade alles noch so we will see ne aber wir arbeiten gerade an einem Konzept das wir für eine Förderung einreichen wollen Ende des Monats bei der MFG hier in Baden-Württemberg und hoffen natürlich dass wir dann die Förderung auch kriegen und dann einen schönen Prototypen erstellen können für ja unser erstes Spiel spannend kannst du schon verraten in welche Richtung man sich das dann vorstellen kann Genre ich weiß es nicht Themen ja ja also ich ich selber bin ganz großer Fan von von so Farming und Live Simulation so was so Richtung Animal Crossing Stardew Valley Harvest Moon war so auch eins der ersten Spiele die ich hatte als ich Kind war und das war so für mich das Spiel das ich einfach mega geil fand und klar ist es für ein Team von drei Leuten gerade absolut unrealistisch also ich meine Stardew Valley wurde auch von einer Person gemacht aber die hat dafür ewig gebraucht und war danach völlig durch das möchte ich nicht aber ja das ist auf jeden Fall die Richtung in die wir uns bewegen und natürlich haben wir auch noch den Fitspin Background von narrativen Spielen das heißt es wird auf jeden Fall auch um Geschichten gehen um Charaktere so das ist was was wir jetzt schon mal so ungefähr wissen in welche Richtung es geht also ich möchte da jetzt keinen wie sagt man keinen Flow ins Ohr setzen aber was ich mir wünschen würde wären richtig tolle Tavernensimulationen wo du also das geht ja auch so in gewisser Weise so eine Richtung wie Stardew Valley weil das ja auch so ein Management Ding ist man baut sich was kleines eigenes auf das auch so ein bisschen dann automatisiert funktioniert das wäre was wo man wirklich sagen kann so man baut eine kleine Taverne man kann entscheiden was dort auf die Tische kommt zu essen zu trinken man kann meinetwegen also auch zum Beispiel sagen hier ich stelle einen Türsteher hin und der sagt dann wer reinkommen darf und wer nicht und ich lege Preise fest und das vielleicht noch in so einem Fantasy Setting also ich gucke danach voller Inbrunst bisher entdeckt habe ich Traveler's Rest das ist schon gar nicht schlecht das geht schon in diese Richtung aber das wäre was da habe ich das Gefühl da liegt noch viel Gold auf der Straße ja das klingt auch sehr süß es gibt doch Shopkeep oder so ähnlich heißt das ich habe das selber noch nicht gespielt aber das funktioniert glaube ich auch so ähnlich dass man selber einen Shop hat und Sachen verkauft so genau weiß ich es gar nicht also nimm das auf jeden Fall mal mit als Wunsch und Input von mir weil das wäre der Knaller also das wäre wirklich toll aber es ist doch auch spannend also ich kann mir vorstellen dass es gerade so eine Phase ist so eine Mischung aus super Spannung weil man was Neues anfangen kann aber auch so ein bisschen Sorge und Angst weil man was Neues anfangen muss stelle ich mir das richtig vor diesen Gefühls-Mix? voll ich mache mir in die Hose also es ist wirklich so ein Schwanken es gibt Tage da denke ich mir so ja ich kann das alles und und jetzt machen wir das und wer wenn nicht wir so und dann gibt es wieder Tage wo ich denke ach du Scheiße das ist wirklich die dümmste Idee aller Zeiten deinen sicheren Jobs kündigen und was machst du eigentlich so ja aber das Gefühl von ja wir machen das und das wird geil ist gerade zum Glück noch ein bisschen doller gut 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 und du hast ja auch noch ein zweites Standbein was mich ganz elegant zu diesem zweiten Aspekt eines momentanen Arbeitslebens führt zu dem ich auch Fragen habe und zwar dem Funkformat So Many Tabs bei dem du jetzt auch schon einige Zeit als Moderatorin und Redakteurin dabei bist wie bist du da eigentlich an Bord also wie bist du da eigentlich dazugestoßen weil das ist ja du warst ja von Anfang an dabei du bist ja quasi Teil des Gründungsteams des Original Teams wie ist das denn alles zustande gekommen also es gab vor jetzt das muss jetzt schon drei Jahre her sein so um den Dreh da gab es mal ein Video von MyLab die einen Aufruf gestartet hat der hat gesagt hey wir möchten gern auf YouTube mehr Frauen im MINT-Bereich haben und ich dachte ja das finde ich cool so sollte sollte so sein so also auch weil ich auch einfach ein riesen Fan bin von ihr und auch so ja Kanäle wie Physics Girl total cool finde ich gedacht ja das sollte es mehr geben und ich habe gedacht ja MINT das ist ja mein Thema programmieren und dann habe ich mich da beworben habe eine Mail hingeschrieben und war mir aber irgendwie auch noch gar nicht so richtig bewusst dass dass die Idee dahinter war dass ein neues Funkformat entstehen soll also das habe ich irgendwie zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig geschnallt ich habe nur gedacht ja ich finde es gut ich schreibe da mal eine Mail hin und dann gab es ein dann eine weitere Runde in der man dann ein Video hinschicken sollte und ich habe gedacht ne ich mache kein Video von meinem Gesicht traue ich mich nicht kann ich nicht machen mache ich auf keinen Fall und am Tag der Abgabefrist stand ein Freund der mir hat gesagt doch du machst es jetzt du schickst jetzt ein Video dahin und hat mir die Kamera nachgedacht du machst es jetzt und dann habe ich es gemacht und dann gab es da bin ich tatsächlich dann weitergekommen in Anführungsstrichen da gab es ein paar Workshops und am Ende wurden eben vier ausgewählt vier vier und dann kam die Produktionsfirma mit an Bord also das heißt Funk hat das dann alles in die Wege geleitet und die Produktionsfirma da dazu gesucht dann haben wir da Testaufnahmen gemacht auch und das sind dann die ersten drei Folgen gewesen die quasi so als Pilotfolgen gedreht wurden um zu gucken ist das überhaupt wird das ein cooles Format so genau und das war offensichtlich gut genug und ja dann ging es richtig los ja krass hast du denn da auch irgendwie weiß ich nicht Kameratraining oder so bekommen weil du sagtest ja eben also eben noch Hemmungen gehabt quasi das eigene Gesicht vor der Kamera zu zeigen und jetzt plötzlich quasi in so einem eigenen Format war es dazwischen musstest du da nicht ganz schön schnell über dich hinaus wachsen um das gut hinzukriegen ja voll keine Ahnung wie ich das hingekriegt habe ich weiß nicht wie das kam dass es dann plötzlich ging weil ja also bei diesem ersten Video das ich gedreht habe wollte ich so ein Voice-Over machen und ich stand vor dem Mikrofon zu Hause ganz allein es war niemand da und ich habe mich ich konnte nicht ich konnte nicht in dieses Mikrofon sprechen ging einfach nicht super weird so aber nee es gab tatsächlich kein Training es war einfach nur so dass auch 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 dort wieder wo wir gedreht haben einfach so super liebe Leute waren die gesagt haben hey guck mal versuch das doch mal so und das nicht es war nicht so das Gefühl von ach du Scheiße das ist alles schwierig und ich werde hier kritisiert und mach das nicht gut genug sondern es war einfach total positiv und und wertschätzend so irgendwie und dann ging das irgendwie plötzlich hattest du irgendwie dir da zu dem Zeitpunkt schon Gedanken gemacht oh je wie wird das wohl ankommen da draußen also das Format selbst dann ist ja auch Funk eine relativ große Plattform das werden auch viele Leute direkt zu Beginn sehen gab es da schon irgendwelche Bedenken weil das ist ja immer so ein kleines Wagnis wenn man sich da an so ein neues Projekt wagt und direkt auf so einer Plattform die so prominent irgendwo platziert ist oder warst du da so drin in dieser weiß ich nicht Day-to-Day Day-to-Day-Produktion dass du da noch gar nicht dran gedacht hast also als wir die ersten Folgen gedreht haben war ich mir sicher dass die nicht ins Internet kommen wirklich weil ich gedacht habe das wird eh nichts sehr gut deshalb habe ich mir tatsächlich da nicht so große Gedanken drüber gemacht weil ich einfach nicht ja weil ich einfach nicht geglaubt habe dass es was wird als es dann losging habe ich schon so gedacht ach du Scheiße das wird bestimmt krass und war es auch am Anfang weil man halt einfach wirklich nicht darf also man ist das einfach nicht gewohnt dass Leute so sehr ihre Meinung zu dem sagen was du sagst oder tust oder wie du dich verhältst oder wie dick deine Beine sind oder wie komisch deine Haare heute wieder aussehen das ist schon was das muss man am ersten Anfang erstmal ich muss das schon ganz schön schlucken und ja das war gruselig am Anfang auf jeden Fall hast du das Gefühl du hast dich durch dieses Feedback oder durch diese Kommentare auf eine Art so weiterentwickelt dass du gesagt hast okay ich entwickle hier so eine wie heißt es denn harte Haut irgendwie fehlen mir heute die Worte na du weißt schon dicke Haut dickes Fell dickes Fell das ist es dickes Fell und quasi nimmst das so als okay da wachse ich jetzt so ein bisschen dran oder was auch andere Leute in so einer ähnlichen Position mir schon mal in der Vergangenheit immer wieder erzählt haben dass sie gesagt haben sie haben sich damit arrangiert mit dieser Situation dass man so 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 Kommentaren so gewissermaßen ein bisschen ausgeliefert ist weil man die Leute nicht daran hindern kann erstmal diese Kommentare zu schreiben dass die so ein bisschen was von sich verloren haben dass die so vorher an Tag eins sage ich mal vor der Kamera noch anders enthusiastischer weiß ich nicht naiver vielleicht gesprochen haben und agiert haben als vielleicht an Tag 100 kannst du bei dir sagen in welche Richtung das ausschlägt also es macht auf jeden Fall schon was mit einem dass man dann vor der Kamera sich nochmal genauer überlegt will ich das so sagen oder und man einfach nochmal so ein bisschen genauer überlegt gibt es da irgendeinen Angreifpunkt wo man mir dann wieder irgendwas in den Mund legen kann was ich eigentlich so nicht meine aber insgesamt glaube ich schon ja weiß nicht ob man das jetzt daran wachsen nennen kann ja doch wahrscheinlich schon weil also ich musste das auf jeden Fall lernen wie man damit umgeht vor allen Dingen mit so fiesen Kommentaren aber jetzt mittlerweile ist es so ich lese die Kommentare auch nur wenn es mir gut geht wenn ich einen schlechten Tag habe lasse ich das ganz weil ich weiß das dann ärgere ich mich nur aber es ist tatsächlich auch so zu 90% sind das immer die gleichen Kommentare das ist jetzt nichts mehr nichts mehr Neues so in dem Sinne ich glaube es wäre schlimmer wenn ständig wieder neue Leute und neue Sachen kritisiert werden aber dadurch dass man das alles schon mal gehört hat denke ich jetzt ja okay das ist jetzt nichts und da weiß ich schon okay diese Kritik die da geäußert wird die muss ich mir nicht zu Herzen nehmen weil da habe ich schon mal drüber nachgedacht ja und habe bin dazu zu dem Entschluss gekommen dass das für mich einfach dass ich diese Kritik dann in dem Fall nicht annehmen möchte und dann kann ich die überlesen an guten Tagen an schlechten Tagen kann ich die dann trotzdem nicht überlesen und ärgere mich aber ja aber man lernt so einzuordnen und zuzuordnen vor allem und vor allem wie du auch selber schon sagst zu sagen okay heute ist so ein Tag da kann ich mich irgendwie durch diesen Feedback in Anführungszeichen Katalog durchwühlen und mal gucken was drinnen steht und an anderen dass man genau für sich entscheiden kann nö dafür bin ich nicht bereit das ist ja auch schon mal eigentlich super gut wenn man das so für sich lernt ja voll und es ist ja auch so tatsächlich sind die Kommentare auch zu 98% sehr positiv und es gibt auch Leute die schreiben hey ich freue mich jede Woche auf eure Videos und voll cool was ihr macht und so und das muss man glaube ich einfach auch also ich versuche immer das ganz ganz bewusst wertzuschätzen weil das ja ganz schnell passiert man liest diesen total netten Kommentar wo jemand schreibt hey ihr seid mein Lieblings YouTube Kanal und drunter steht jemand der sagt du siehst fett aus ja und das einzige was ich mitnehme ist ich sehe fett aus ja aber ich will natürlich die 10 netten Kommentare sind natürlich für mich viel mehr wert ja klar und das gemeine ist auch und das glaube ich kennen sehr viele Menschen also ich kenne das auch dass man die guten Sachen die liest man und die liest man in diesem Moment und freut sich dann und dann dann halt das schon langsam wieder so aus aus dem Kopf aber dooferweise die negativen Sachen die liest man und dann bleiben die im Kopf und dann wiederholt man die sich im Kopf und man denkt nochmal drüber nach und die sind viel präsenter und viel länger präsenter bis man mal irgendwann lernt zu sagen also zumindest hat es bei mir geholfen sich selbst zu sagen so jetzt reicht doch jetzt es macht doch keinen Sinn sich über sowas Gedanken zu machen abhaken und weitergehen und das ist glaube ich so eine super wichtige Lektion die man irgendwie dann lernen muss ja auf jeden Fall ist auch bei Rezensionen von unseren Spielen oh Gott genauso da kommt ja auch manchmal wo man das liest und denkt boah da fand das jemand richtig scheiße ist es wirklich so scheiße oder haben wir nur gedacht dass es cool ist nimmt man eigentlich als Programmiererin Bug Reports persönlich also weil das ist ja quasi das was du gemacht hast das ist ja so stelle ich mir das vor wenn jemand sagt das Artwork ist scheiße von dem Spiel dann sagt ja auch der Artist boah also das ist ja das geht mir vielleicht ein bisschen näher sind das bei dir dann Bug Reports das kommt drauf an es sind ja auch nicht alle Bug Reports immer gleich automatisch ja death related so manchmal ist ein Bug Report auch einfach ein GD Problem oder ein Art Problem und das kommt natürlich auch ganz doll drauf an wie das formuliert wird wie wertschätzend oder wie ob jemand einfach nur sagt was ist hier schon wieder für ein Scheiß könnt ihr nicht mal ordentliche Arbeit machen weil in 90% der Zeit ist es ja so Bug Reports die ankommen von SpielerInnen die kenne ich schon also das ist jetzt nicht dass ich denke ach krass das ist jetzt ein Fehler in dem Spiel sondern ich denke ja ich weiß aber das ist aus diesem und diesem Grund halt nicht gefixt worden weil der Zeitplan sagt das Spiel muss raus und die Bug Liste ist lang und dann kann man sich halt nur noch 10 von den 300 Bugs raussuchen die man noch fixen kann in der Zeit und die Restlichen bleiben da halt hast du eigentlich während dieser Entwicklungszeit du hast das schon gerade so ein bisschen angerissen man kommt natürlich dann irgendwann muss das Spiel ja raus auch schon mal in sowas wie eine weiß ich nicht eine Crunch Phase reingeraten oder Phasen in die nur gemerkt also boah also jetzt wäre mal ein kleiner Urlaub richtig gut kennst du sowas oder hast du bisher Glück gehabt und bist da dank guter Planung des Projekts und so weiter da drum rum gekommen ganz drum rum gekommen bin ich leider nicht also es hat noch ist es noch nie so ausgeartet wie was man manchmal so hört von AAA Studios irgendwie 100 Stunden in der Woche da weiß ich auch gar nicht also ich verstehe wirklich nicht wie Menschen das körperlich machen können weil ich kann einfach das nicht das weiß ich mittlerweile aber wir hatten schon auch mal harte Phasen die wo ich dann auch gemerkt habe dass ich das nicht kann so also beim letzten Crunch musste ich auch früher aufhören weil es einfach nicht ging wie viel also wie kann man sich es genau vorstellen in dem Fall war das dann also wie sah dann dann so ein Arbeitstag aus also man kennt halt sehr viel diese Extremgeschichten natürlich von im Büro schlafen bis hin zu nie wieder nach Hause gekommen kannst du so ein bisschen illustrieren wie das bei dir aussah also bei uns war es letztes Jahr da war ja schon Lockdown da waren wir alle im Homeoffice ich glaube das hat es auch nochmal ein bisschen erschwert und schlimmer gemacht weil man natürlich auch nicht gesehen hat wie es den anderen ging aber der Arbeitsalltag war aufstehen frühstücken arbeiten im Wohnzimmer arbeiten und dann wieder ins Bett gehen dann wieder aufstehen und weiterarbeiten und dadurch dass man halt dann wirklich einfach nichts anderes mehr gesehen hat außer den den Arbeitsplatz im Wohnzimmer und das Bett war das glaube ich auch nochmal extra schwierig weil man auch nicht man hatte auch keinen Kontakt zu den anderen und konnte auch nicht sehen geht es denen schlecht geht es denen gut kann ich vielleicht irgendwas helfen dass es denen besser geht oder so sondern es war einfach nur jeder sitzt da halt alleine vor seinem Rechner 10-12 Stunden das war scheiße ja scheiße aber ich höre so raus und von dem was man ja auch dann mitbekommt von deiner Arbeit du bist dann noch ganz gut rausgekommen offenbar also so zumindest dass du dann nicht gesagt hast boah also auf diese Branche habe ich keine Lust mehr will ich nie wieder sehen ne also Games sind immer noch auf jeden Fall das wo es mich hinzieht was ich was ich machen will und ja es ist ja nochmal gut ausgegangen in dem Fall wobei ich auch sagen muss danach ging es mir eine Zeit lang nicht gut ja man braucht dann diese ich sag mal Erholungszeit also zum runterkommen wieder zum sich sammeln das ist meinst du das genau ja und das war halt dann schwierig weil halt Corona war und du hast nicht so richtig man konnte ja nicht weg so war trotzdem immer noch zu Hause im Wohnzimmer am Arbeitsplatz so ist eigentlich das auch was was du jetzt bei der also bei der Gründung des neuen Studios sage ich mal oder beim Zusammenfinden des neuen Teams etwas ist auf das du jetzt achtest achtest also dieses die mittlerweile leider wieder steigenden Inzidenzzahlen und die Sache mit dieser ganzen Delta-Mutation sind das so Sachen die man jetzt im Blick hat als Entwicklerin Programmiererin die sich da jetzt in diesem Bereich selbstständig machen will und dann sich überlegt okay das könnte auf irgendeine Art für uns als kleines Team Konsequenzen haben ich glaube wir haben uns einfach schon so dolle damit arrangiert dass wir jetzt von zu Hause arbeiten dass das jetzt kein so aktueller Gedanke ist so wir haben jetzt gesagt wir arbeiten von zu Hause das ist jetzt auch einfach erstmal günstiger und ein Büro können wir uns halt gerade noch nicht leisten deswegen ist das tatsächlich jetzt nicht nicht so in meinem Kopf was die Arbeit angeht ja gut ich wollte das auch nicht in den Kopf reinziehen ich habe nur gedacht ja vielleicht vielleicht ist da ja noch irgendwas los apropos noch was los es gibt noch eine Sache die da möchte ich unbedingt auch nochmal nachfragen denn in deiner in deiner Biografie habe ich auch was gefunden was ich super spannend finde und wo ich mal gerne noch mehr von hören würde und zwar deine ehrenamtliche Tätigkeit bei Ready2Code kannst du mal erzählen was hat es denn da mit Aufsicht und wo spielt das gerade oder wie viel spielt das gerade in deinem Leben eine Rolle genau letztes Jahr bin ich da dazu gekommen ja ja doch letztes Jahr Ready2Code ist ein Verein in Stuttgart der sich für mehr Gendergerechtigkeit in der IT einsetzt also nicht nur Games sondern generell alles was so mit Informatik zu tun hat und da bin ich dazu gekommen weil wir hier in Stuttgart ein Meetup haben das nennt sich Cocktails & Coach und da war ich einfach mal da weil ich dachte ja das klingt nett und mal andere Frauen treffen in dem Bereich hat mich irgendwie auf jeden Fall gereizt weil es halt so ist dass ja die halt eben nicht gerade die Mehrzahl bilden und dann bin ich da reingerutscht und war auch ein Jahr lang im Vorstand und hab da mitgearbeitet und was wir da machen ist eben diese Networking Events die jetzt die ganze Zeit online waren das ganze Jahr und Workshops für Kinder vor allem für Mädchen haben eben vor allem und die jetzt auch alle leider nur online waren aber jetzt im Sommer machen wir dann auch wieder einen in Präsenz und das ist für mich persönlich einfach total erfüllend weil es mir total viel Spaß macht das einfach weiterzugeben ich zeig dann eben wie man Spiele entwickelt wir haben halt Leute auch die was mit KI machen oder App-Entwicklung und das ist so eine ganz bunte Mischung und jetzt hatten wir eine Workshop-Reihe die hieß Stay Home and Code wo es jeden Mittwoch ein anderes kleines Thema gab und dann gab es so ein Zwei-Stunden-Workshop wo die Mädels dann jede Woche irgendwas gelernt haben Web-Entwicklung App-Entwicklung genau das war sehr cool und ich freue mich auf jeden Fall jetzt auch das dann wieder in Präsenz machen zu können was einfach so viel Spaß macht zu sehen was so junge Menschen sich ausdenken können weil wir haben halt schon so total im Kopf okay das geht das geht nicht und das schränkt einfach die Kreativität schon automatisch ein bisschen ein auch wenn man natürlich versucht da immer so rauszukommen aber Kinder bei Kindern funktioniert das noch ganz anders die haben überhaupt keine Schrage im Kopf die denken sich aus in meinem Spiel will ich als Schmetterling rumfliegen und dann will ich bis in den Himmel fliegen können oder so und dann machen die das einfach und das ist mega geil das ist ja super kann man da ich bin gerade hier parallel auf der Webseite kann man dort auch einige der Ergebnisse sich dann genau angucken kann man da irgendwo mal einsehen was dabei herauskommt oder ist es alles für diese Workshop intern also jetzt im letzten Jahr haben ist eigentlich alles intern geblieben weil natürlich dadurch dass es auch online ist wir die Ergebnisse ja gar nicht selber haben weil die Mädels auf den Rechnern mal gucken ob man da ob wir dann in den nächsten Monaten mal wieder was zeigen können ja voll spannend und wenn da draußen jetzt jemand weiß ich nicht entweder die Mädchen selbst oder die Eltern zuhören und sich denken Mensch guck mal das klingt doch spannend wie kommt man denn da ran was muss man denn da machen um mitmachen zu können also alleine schon die Frage wenn es jetzt wieder in die Präsenzveranstaltungen geht gibt es dann trotzdem weiterhin die Möglichkeit auch online daran teilzunehmen wenn man nicht aus dem Großraum Stuttgart kommt oder wie sieht das aus also gerade haben wir jetzt keinen Online-Kurs mehr einfach weil wir auch merken jetzt gerade hat keiner mehr Lust vor dem PC zu sitzen die Zeit ist gerade da sind die Leute jetzt durch aber generell einfach auf Social Media gucken da teilen wir eigentlich immer alles entweder Instagram oder Twitter einfach nach Ready2Code suchen da kriegt man dann auf jeden Fall mit wenn wir Workshops machen und wir suchen auch immer Leute die gerne mal Workshops leiten wollen also wenn das hier irgendjemand vielleicht spannend fände dann auch ganz ganz doll gerne melden ach spannend spannend ich bin richtig froh dass wir das hier nochmal so ins Rampenlicht zählen konnten weil ich diese Idee so toll finde und auch das freue mich so dass ihr da dieses Publikum für euch so ausgemacht habt und dass dabei offen auch so schöne Sachen bei rumkommen also wenn da mal irgendwie was weiß ich nicht bei H.I.O. oder ein Prototypen mäßig landet ping mich gerne an würde ich mir super gerne Anton allein dieses Schmetterlingspiel das klingt schon so herzerliebst werde ich machen ja ja ansonsten also ich danke dir wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen ich hatte viele Fragen und du hast sie mir alle beantwortet und tatsächlich lustigerweise und das ist jetzt also da können jetzt wieder die ganze Welt sagen Dominus doch jetzt Quatsch dass du das sagst aber es stimmt wirklich ich habe A Black Tale noch nicht durchgespielt und ich habe es heute tatsächlich installiert wieder nachdem es monatelang weg war und habe mich da schon sehr drauf gefreut weil ich das was ich bisher gesehen habe sehr mochte und jetzt mit dem was du mir da erzählt hast man guckt dann doch noch mal anders drauf und ich finde das toll ich finde das toll also auch auf diese Weise hat es sich für mich gelohnt und ich drücke dir die Daumen für die Sachen mit dem neuen kleinen Team und dem neuen Spiel da bin ich auch sehr gespannt sehr sehr gespannt danke dir und dann viel Spaß beim Plague Tale spielen Dankeschön bin mal gespannt wie du die Ratten findest ich bin wirklich gespannt wir hören uns wir sehen uns wie auch immer wo auch immer es war auf jeden Fall eine große Freude und ich drücke dir die Daumen für die Zukunft danke dir bis bald bis ganz bald mach's gut tschüss so das war mein Ausflug zu neuen beruflichen Ufern Programmiererin super spannend was ihr erzählt habt aber auch ihre sonstigen Projekte ich finde das immer interessant mitzubekommen in diesen Gesprächen wenn Menschen ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen und dann in diesem Fall sogar um die Gründung eines neuen Entwicklerstudios geht immer 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 spannend kleiner Shoutout an die Menschen da draußen wenn auch ihr kurz davor seid ein neues Entwicklerstudio zu gründen meldet euch doch ich finde sowas immer spannend ich will eure Geschichten hören meldet euch mail at domschut.net allen anderen Menschen danke ich fürs Zuhören denkt dran ihr könnt OKCOOL bei iTunes mit ganz vielen Sternen bewerfen das hilft ungemein ihr könnt auch gerne mal bei Steady vorbeischauen und gucken was diese Seite für euch bereithält ich kann es schon verraten für knapp 5 Euro im Monat jeden Freitag besondere extra Podcast Formate zuletzt zum Beispiel ganz frisch erschienen eine kleine Reportage auf die ich sehr stolz bin über Misophonie der Hass auf Geräusche da habe ich mit einem Neurowissenschaftler einer Streamerin und einem Filmwissenschaftler gesprochen über ihre Erfahrung ihren Umgang mit Misophonie und Gaming in Verbund das war es von dieser Seite für diese Woche für diesen Sonntag oder an welchem Wochentag ihr auch das immer hört wir hören uns am Freitag wieder auf den Kanal die ruf